Genau, die jetzt voll ist und dafür muss ich irgendwas wegschmeißen. So, hier oben haben wir auch noch was, was ich aber wieder nicht aufnehmen kann, weil das ja typisch ist. Zinn, kann ich Zinn noch aufnehmen? Ich hoffe schon. Ja, Zinn geht noch. So, da haben wir unser Basalt Cobblestone. Und es wird weiter nach unten gebuddelt. Schön. Ja. Was ich jetzt sagen kann, weiß ich jetzt nicht mehr. Schön zu wissen. Aber immerhin machen wir Fortschritte und das ist schon mal etwas, mal abgesehen von den leichten Cadmium. Stimmt, das wollte ich auch, das hatte ich auch mal irgendwo gesehen, dass wir das bräuchten. Ich glaube für dieses härteste Metall überhaupt wäre nicht schlecht, wenn ich das mitnehme. Genau. Überhaupt nicht schlecht. Und der fällt natürlich wieder runter. Nein, das mache ich einfach nicht. Ich laufe so weiter runter. Psss. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich wollte da eigentlich nicht runterfallen. Na, toll. Aber da unten ist Cadmium. Hm. Okay. Etwas viel, finde ich. Das ist Silver. Ja, das kann ich eh jetzt nicht mitnehmen. Ruby or Need or. Das kann ich alles nicht mitnehmen, außer hier das Zinn. Gut. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, auf dem nach unten Weg, da ist ziemlich viel Zeug, was ich unbedingt haben möchte. So. Und es geht weiter runter. Ähm, ja, hier baue ich noch etwas, das Ganze hoch, damit ich auch von hier nicht überrascht werde. Und das baue ich auch mal schön weg. Kommt hier noch eine schöne Fackel hin. Und ich bin, ich glaube, ich bin gleich ganz da, wo ich sein wollte. Nämlich bei etwa, ja. 16, 15, äh, ja. Kommt, nehmen wir 14. Genau hier. So. Und hier, wo ist mein Zuhause? Hühner? Home. Oh. Ja, das geht jetzt natürlich nicht. Ich bin ziemlich weit von meinem Zuhause weg. Okay, dann habe ich mich umsonst hier runter gebaut. Oder ich habe mich für ziemlich viele andere Sachen hier runter gebaut. Kann ich auch sagen. Ich glaube, ich mache das einfach so, dass ich das nicht nochmal so machen werde. Oh, New Home, 37. Dann bin ich ja... Boah. Warte mal. Da ist es okay. Dann bin ich ja... Genau unter dem. Okay. Dann, äh, passt das alles, ja? Perfekt. Hm. So viel zum Thema. Super. Ah, das kann ich auch nicht mitnehmen. Limestone. Aluminium. Huh. Cadmium. Uh. Also. Es ist ja super, was man hier alles finden kann. So. Wir haben unsere drei... Teile. Die wir jetzt natürlich schön sorgfältig aufstellen werden. Dann haben wir unsere Query. Wo ist die? Wo bist du? Da. Oh, der Mining Turtle. Ähm. Die wir jetzt natürlich sorgfältig davor stellen werden. Mit einer Fackel natürlich. Die bekommt etwas zu futtern und... Nehmen wir mal 64. Dann hat die was zu tun. In der Zwischenzeit baue ich hier noch ein paar Storage-Boxen. Auch wenn das Verschwendung ist. Aber. Aha. Ja, es ist Verschwendung. Egal. Ich brauche hier ein bisschen Platz. So, wie ging das nochmal? Ich glaube außen. Und die... Nein, dann genau anders. Ich verwechsel das immer. Es ist genauso wie mit Solar-Panels. Ah. Ja, stimmt. So. Und... Hallo. Du kommst da hin. So. So. Dann haben wir... Hier genug Storage-Boxen. Für... Ein bisschen... Speicherplatz. Ach. Natürlich. Die letzte wird natürlich... Halb sein. Hallo. Ich hätte dich gerne hier dran. Kann ich dich vielleicht hier oben dran bauen? Nein, kann ich nicht. Hm. Mal Excavating geht immer zu der Seite. Gut. Kann ich das ja mal hier versuchen dran zu bauen. Ja, hier geht. Super. Dann baue ich mir... Ey. Weg mit dir. Dich brauche ich nicht. Dann baue ich mir... Hier hinter noch ne... Ne Müllkippe... ...dran. ...der ich natürlich nicht reinfliegen sollte. Was ich natürlich aber mache. Und deshalb bin ich dumm. Und so weiter. Ähm. Ja. Das kommt schon mal alles hier... Verschwindet das, wenn ich da nochmal starte? Ich lasse das lieber hier drinnen. Ich lasse das lieber hier drinnen. Und ich glaube... Das war's für die heutige Folge auch. Inzwischen. Ich gucke gerade mal nach. Ja. Ich habe noch zwei Minuten. Hätte ich Zeit. Ähm. Dann gucke ich mal, was es hier so Schönes gibt. Okay, es gibt noch nicht viel. Aber da oben gibt es zum Beispiel schon mal was. Ich weiß, ich nehme... Oh. Ja. Ähm. Ja. Super. Ich würde sagen, da haben sich zwei Minuten aufnehmen gelohnt. Sehr gelohnt sogar. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich kann hier nichts mehr sehen. Deshalb ist es... Oh. Schlecht. Wenn die mir jetzt jetzt entgegenkommt und mich schlägt, dann bin ich tot. Gut. Ich bin nicht tot. Ähm. Ja. Das wär's für die heutige Folge, würde ich sagen. Ich mache jetzt auch das Ganze im LAN-Modus. Und... Ja. Feierabend. Ich möchte den Zugriff zulassen. Ähm. Lass das dann hier so eine Stunde oder zwei noch laufen. Damit ich mal gucke, was ich noch habe. Denn das wollt ihr garantiert nicht sehen. Ähm. Sonst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.